Die SPD hat zur Steigerung der Wahlbeteiligung in Deutschland ein neues Verfahren angeregt. Generalsekretärin Fahimi sprach sich in der Tageszeitung Die Welt dafür aus, statt eines einzigen Wahltages ganze Wahlwochen einzuführen, ähnlich wie in Schweden. Außerdem lasse die SPD prüfen, ob auch fahrende Wahlkabinen möglich seien. Fahimi erklärte, sie wolle sich nicht mit einer Wahlbeteiligung von 50 Prozent abfinden.